Charismatiker und Evangelikalen-Bingo Daraus machen die Evangelikalen, nein, der Glaube rettet mich, die Gnade rettet mich, ich darf keine Werke tun. Wenn man dem Glauben etwas hinzufügt, wie Nachfolge, dann sind dieses Werke und wir wollen keine Werksgerechtigkeit. Hunderte Male steht in Gottes Wort, dass Gehorsam Voraussetzung ist, um Gott zu gefallen. Es reicht nicht, Jesus theoretisch zu akzeptieren. Wir müssen Jesu Willen tun. Wer glaubt, der tut, und wer nicht tut, der glaubt nicht. Das größte Missverständnis in der Theologie ist, dass man das Tun vom Glauben trennt, dass man den Gehorsam vom Glauben trennt, dass man die Nachfolge vom Glauben trennt. Wir glauben nur, was wir tun. Die Evangelikalen lieben es, Glaube, Gnade, Rettung im Munde zu führen, aber die Warnung vor Ungehorsam, die Aufforderung zum Gehorsam hört man selten. Johannes 3,36 zeigt, dass Glaube und Gehorsam dasselbe ist. Und auch die Rettungsorientierung sehe ich bei den Evangelikalen komplett überbewertet. Man ist gerettet und stellt seine Rettung nicht mehr in Frage, egal wie man lebt, egal welche Sünde noch da ist, wie viel Weltliebe noch da ist. Es geht um einen einfachen Weg zu Gott, den man gut vermarkten kann, der aber komplett unbiblisch ist. Immer wieder fallen Begriffe wie Rettung, rettender Glaube, Rechtfertigung, Heilsgewissheit. Das zeigt aus meiner Sicht eine zutiefst egozentrische Glaubensauffassung. Es geht beim Glauben darum, Gottes Ehre zu suchen, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun und nicht egoistischen Menschen Sicherheit zu geben, die Gott ihnen eigentlich geben sollte. Wer heilig lebt, den wird Gott besuchen nach Johannes 14. Dem wird Gott sich offenbaren. Dreimal steht es dort. Doch viele begnügen sich mit dem Pflaster des Übergabegebetes, Menschen retten zu wollen. Wer gehorsam lebt, dem offenbart Gott sich und dem schenkt er den Heiligen Geist. Wer sich Gott naht, dem naht Gott sich. Nahen tun wir uns nicht mit Lehre, sondern mit Gehorsam und Anbetung. Wir sollen Menschen in die Nachfolge bringen und in den Gehorsam. Und die Folge dieses Lebens ist Sicherheit. Aber es gibt keine Sicherheit ohne Nachfolge, ohne Heiligung, ohne Gehorsam. Und die Rettung ist ein Prozess und steht am Ende unserer Nachfolge und ist ein Abfallprodukt. Wer Rettung sucht, soll Jesus nachfolgen und nicht einfach nur ein Übergabegebet sprechen. Dazu gehört die volle Bekehrung nach Apostelgeschichte 2, 38 mit Buße vor der Taufe und Empfang des Heiligen Geistes durch Gebet eines geisterfüllten Menschen. Wir dürfen nicht mehr Glaube und unser Tun trennen. Es bildet bei Gott eine Einheit. Und um gerecht zu sein, gibt es genauso eine Liste für Charismatiker mit Heilung, Wundern, Reichtum, Sieg, Vollmacht, Kraft, Erweckung, Segen und so weiter. Auch hier bewirkt eine einseitige Fokussierung eher eine Verdrehung. Weil nicht die Opfer gebracht werden müssen, um Dinge zu empfangen, sondern der Segen wird einfach durch Beten bekommen. Das ist nicht, was Gottes Wort lehrt. Ganz oft ist der materielle Segen ein Fluch für Menschen, weil sie unabhängig von Gott werden. Wer zwei Mäntel hat, der Teile mit dem, der keinen hat. Wir widersetzen uns klar den Anweisen Gottes, wenn wir nach Segen streben, um ihn für uns zu haben. Jesus führt uns vielmehr in den Zerbruch statt in den Segen, damit wir von ihm abhängig sind und bleiben. Gott erzieht seine Kinder, wenn er sie liebt, und verwöhnt sie nicht. Ganz oft steht hinter diesem Streben ein selbstsüchtiges Streben, was Satan Tür und Tor öffnet. Wenn Heilung und Wunder nicht damit beginnen, dass unser Herz sich ändert, dass unser Wille und unser Denken sich Gott unterwirft, dann halte ich von solchen Wunderstreben nichts. Beide Richtungen bieten einen einfachen Weg zu Gott an, um attraktiv zu sein und Menschen zu gewinnen. Aber sie gewinnen die Menschen nicht für Gott, sondern nur für sich selbst. Diese ganzen Verdrehungen sind der Grund, warum ich vor beiden Richtungen fliehe. Ich sehe es nicht in Gottes Wort und kann es nicht ertragen. Wenn wir Menschen zur Nachfolge Jesu und Heiligung anleiten, dann gewinnt der Mensch und Jesus, und nur diese beiden sollten davon profitieren. Wenn statt Nachfolge Jesu lieber Heilung und Wunder oder Rettung im Zentrum steht, meide solche Gemeinden. Und das ist ein Auto. Und wir haben zur Durchs Wahlung. Vielen Dank.